Nein, 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 nein. Ich mache es nicht. Ich schreibe nicht für die Galerie, also für die billigen Plätze. Bevor ich mich dem Publikum anbiedere, schreibe ich lieber überhaupt keine Opern mehr. Dann bleibt es halt bei Leonore oder Fidelio, wie Sie wollen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Louis van Beethoven und ich möchte mich bei der Geschichte darüber beschweren, dass meine wunderbare Oper immer wieder falsch verstanden worden ist. Und damit wenigstens Sie das richtig verstehen, hat sich Herr Sommer freundlicherweise bereit erklärt, die Handlung für Sie zusammenzufassen. Also viel Spaß. Ja, danke, Herr van Beethoven. Mit dabei sind die mutige Leonore. Ist eigentlich eine Frau, ich weiß, das kann man kaum erkennen, denn sie hat sich als junger Mann mit dem Decknamen Fidelio verkleidet und ist auf der Suche nach ihrem Ehemann Florestan. Den lassen wir mal noch hier hinten im Unscharfen. Wahrscheinlich ist er im tiefsten Loch des Staatsgefängnisses. Durch dieses Cross-Dressing geschützt hat sie sich nämlich als Kerker-Hilfskraft bei dem gutmütigen Gefängnisaufseher Rocco eingeschlichen, dessen Tochter Marceline sich natürlich prompt in den gutaussehenden jungen Fidelio verliebt hat, weshalb ihr Verehrer Giacchino, ein etwas einfach gestrickter Pförtner, dumm aus der Wäsche guckt. Das kann aber auch besonders gut. Wichtig sind außerdem noch der böse Gouverneur Don Pizarro, wahrscheinlich, weil er gerade keine Peruana zum Ausbeuten und Erobern hat, sowie der nice Minister Don Fernando, der ein alter Kumpel von Florestan ist. Obwohl die Oper nicht weniger als drei Textdichter ihr eigen nennt, nämlich Josef Sonnleitner, Stefan von Bräuning und Georg Friedrich Treitschke und drei Uraufführungen stattgefunden haben, nämlich 1805, dann ein bisschen anders, 1806 und nochmal rund erneuert 1815, floppt die Oper zu Betis Lebzeiten immer wieder. Kein Wunder, dass er da so ein bisschen aggro ist, wie wir vorhin gehört haben. Das Ganze spielt in einem Hochsicherheitstrakt, irgendwo in Espania, sozusagen dem spanischen Stamheim. Los geht's mit dem Alltag im Justizvollzug der guten alten Zeit. Giacchino sucht die Gelegenheit für ein Beziehungsgespräch mit Marceline, also singt er sie an. Ich liebe dich, Baby, Marzi, marry me, never go away, weil ich auf Fidelio stehe. Und er versucht noch zu baggern, aber Rocco kommt dazwischen und dann schiebt auch schon Fidelio ihren schweren, schweren Einkauf rein und die so, Mensch, das war doch total schwer. Mann, da hast du dich aber wieder ins Zeug gelegt, was hat denn das alles gekostet? Zwölf Piaster und wie billig du immer einkaufst, wie machst du das? Aber ich weiß schon, warum du dich so engarierst. Diese Gefühlsverwirrung wird natürlich besungen. Dann erklärt Rocco, also meinen Segen habt ihr Kinder. Wenn mein Chef der Gouverneur aus der Stadt ist, könnt ihr heiraten. Und die so, äh, supi, grrr, umwerfend. Aber hier, Luft und Liebe reichen nicht, Geld verdienen ist auch Pflicht. Und Leo so, ja, aber, äh, apropos, Geld ist ja auch ganz schön, wie ist es denn mit Vertrauen? Wenn du mir vertrauen würdest, Chef, dann dürfte ich dir im Hochsicherheitstrakt helfen und du würdest dich da nicht kaputt schuften. Ja, okay, also, äh, ich frag mal. Nur den Staatsfeind Nummer eins muss ich weiter alleine versorgen, das dauert aber eh nicht mehr lange. W-w-w-wieso denn? Den muss ich langsam verhungern lassen. Oh Gott, das ist ja furchtbar, da gehst du nicht hin, aber genau da will ich hin. Und das besingen sie noch ein bisschen, dann tritt der Imperator, äh, der Gouverneur auf. Und die machen natürlich eher erbietig Platz und, äh, der so, gibt's was Neues? Äh, nein, mein Gubernator, äh, doch, die Post. Er gibt ihm also so, äh, diese Briefe und er guckt das alles durch. Rechnung, Mahnung, Knöllchen, was ist das? Bla, 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 der Minister hat erfahren, dass sie Unschuldige im Gefängnis verschimmeln lassen und kommt deshalb persönlich zur Inspektion. Hijo de puta! Wenn ihr den Florestan hier findet, den ich eingesperrt habe, weil er meine dunklen Geheimnisse entlarven wollte. Nein! Und so viel negative Energie muss ich natürlich in einer Arie entladen. Der Augenblick ist gar nicht dumm. Meinen Rufmörder bringe ich selber um. Und zwar sofort. Hier, Wachmann! Und die so, äh, ja, sofort Alarm geben, wenn die Limo vom Minister vorfährt. Klar, zu Befehl! Und die halten Wache und dann sagt er, Rocco, äh, ja, mein Gubernator? Wie wär's mit nem kleinen Nebenverdienst? Super gern, ich hab demnächst ein größeres Familienfest. Hervorragend! Du bringst den Staatsfeind Nummer 1 um. Was? Nee, ich hab auch gar keine Henkerfortbildung. Okay, dann gräbst du ihm halt nur das Grab und den Rest erledige ich selber. Diesen miesen kleinen Austausch hat, äh, Leo natürlich angehört und sagt, nein, der wird doch nicht, aber das werd ich verhindern. Und der Clown hat es immer noch nicht geschnallt, dass Marzi nix von ihm will. Aber wenn du mich schon nicht liebst, könntest du mich wenigstens heiraten? Und Leo versucht es jetzt mit einer List und sagt, äh, Rocco, ja, es ist so schönes Wetter, wollen wir nicht die Gefangenen mal so ein bisschen in den Hof lassen, ausnahmsweise? Und Marzi so, ja, Papa, mach das doch. Du sollst doch deinem Chef nachher eh einen Gefallen tun, dann erlaubt er das doch bestimmt. Also gut, dann macht ihr mal, schließt mal auf, ich red mit dem. Und so kommen die armen Gefangenen endlich mal wieder raus und singen den Gefangenenchor, das ist jetzt original. Oh, welche Lust in freier Luft den Atem leicht zu heben, nur hier, nur hier ist Leben, der Kerker eine Gruft. Und dann gehen die in den Garten, Rocco kommt zurück und sagt, hier, äh, Fidelio. Und die so, ja, alles Paletti, du darfst Marzi heiraten und mir im Hochsicherheitstrakt helfen. Wir gehen gleich zum Staatsfeind Nummer eins. Yes, kommt er frei? Nö, den begraben wir. Was, ist er tot? Nö, noch nicht, das erledigt aber der Chef bald. Nein, da kommt Marzi angerannt und sagt, Papa, Papa, der Don Bizarro ist voll sauer. Und da kommt er auch schon und sagt, wie kannst du es wagen, die Gefangenen rauszulassen? Wegen dem schönen Wetter und weil heute der König einen Abendstag hat und weil wir gleich unten einen einbuddeln. Grab ihm das Grab und sperr die anderen wieder ein. Und dann singen die, oh nein, oh nein, wir müssen wieder rein. Damit endet der erste Akt. Wir schalten um in den Hochsicherheitstrakt. Tief, tief unter der Erde, wo wir Florestan kennenlernen, den die lange Kerkerhaft und die Mangelernährung offenbar schon ein bisschen weichgeklopft haben. Boah, es ist so dunkel, so still, Hungerpipi kalt. Oder um mal zu singen, ich war Enthüllungsjournalist, jetzt sitze ich hier im eigenen Mist. Moment, kommt da ein Engel rein? Will Leonore mich befreien? Und singend singt er in Fieberwahn nieder, denn das kann er ja noch gar nicht wissen, dass die Kavallerie schon auf dem Weg ist. Da ist sie auch schon. So, jetzt aber mal in die Hände gespuckt und gebuddelt, denn der Chef kommt ja bald. Und während Rocco sich erstmal um die Buddel kümmert, buddelt, gräbt die Leonore tatsächlich, singt aber auch heimlich. Du armer Typ in Ketten, wer du auch bist, ich werde dich retten. Oh nein, jetzt habe ich ihn wachgesungen. Und dann wacht er tatsächlich auf und sagt, hier, Kollege Kerkermeister, sag mir doch bitte, wer hat denn hier eigentlich das Sagen? Naja gut, jetzt kann ich es dir ja verkünden, das ist eigentlich der Dom Pizarro. Was? Mein alter Erzfeind? Deshalb sitze ich hier ohne Prozess. Bitte, schick ganz dringend eine Nachricht nach Sevilla an Leonore Florestan. Und sie so, oh Gott. Ne, das bringt nichts mehr, aber hier hast du einen Schluck Wein. Und sie so, und hier hast du ein Stückchen Brot. Aber da ist auch schon der Undertaker und sagt, alles raus hier. Und die gehen schnell raus. So, um die muss ich mich später auch noch kümmern. Und jetzt zu dir, Florestan. Und er zückt den Dolch mit der richtigen Hand. Aber Leonore springt dazwischen und sagt, nein, wenn du ihn aufspießen willst, musst du erst seine Frau durchbohren. Und da kommt es eben doch auf die Länge an. Und er so, was, seine Frau? Was, meine Frau, Leo? Na, ihr seid vielleicht drauf. Dann sterbt er eben beide. Und sie so, nein, ich habe nämlich eine Knarre. Und wie es ihr Zufall, also der Libretest will, ertönt just in dem Moment die Alarmfanfare, dass der Minister vorfährt. Mierda! Und er geht ganz schnell nach oben. Während Leo und Flo sich schnell updaten, eilt der Rocco wieder zu ihnen, nachdem er oben war, und sagt, du stehst gar nicht auf der Gefangenenliste vom Minister. Dich hat der Gouverneur hier illegal eingesperrt. Na, das wussten wir doch schon. Kommt schnell mit! Na, und oben flutscht das Happy End jetzt wie ein Zäpfchen. Erstmal ist der Minister Don Fernando total nice. Hey, ich komme vom König, der ja generell mal euer Bro ist. Und alle so, yeah, obwohl keiner genau weiß, was das eigentlich bedeuten soll. Aber jetzt entdeckt er, wie denn, Florestan? Ich dachte, du wirst tot, Buddy. Und er so, ja, das dachte ich auch. Und der Rocco so, und das hier ist seine Frau, die hat ihn gerettet. Die hat sich nämlich bei mir eingeschlichen als Assistenzkerkermeister. Und er so, Wahnsinn, das gibt's ja gar nicht. Das kriegt natürlich Marzelline mit und sagt, oh Gott, nein. Und Don Pizarro so, es ist nicht das, wonach es aussieht. Und so nimmt er jetzt den Platz ein, den der unschuldige Florestan gerade geräumt hat. Also wird der Arbeitsplatz von Rocco auch weiterhin sicher sein. Ende. Ach, und ob Marzi jetzt am Ende doch noch mit Giacchino zusammenkommt, wird leider nicht erzählt. Ja, vielen Dank, Herr Sommer, und Ihnen natürlich auch vielen Dank. Ich möchte abschließend nur noch sagen, ein weiblicher Maulwurf im Herzen einer Unterdrückungsmaschine, eines Unrechtspatriarchats, die alles riskiert, da ist sie, ne, um ihren Geliebten zu befreien. Das ist doch nun wirklich immer und überall spielbar, oder? Ist doch eine super Story. Und die Musik erst. Also mir würden da heute einige Länder einfallen, wo politische Gefangene befreit gehören. Und das, liebe Gemeinde, war Fidelio von Josef Sonnleitner, Stefan von Bräuning und Georg Friedrich Treitschke. Die großartige in diesem Video nicht enthaltene Musik stammt von Ludwig van Beethoven. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.